das kann man bei den kiel in ort das ist Gut abgelegt. Boah, was für ein Ball. Kylian Ort ist hier in seiner Höchstform wahnsinnig gut. Er ist hier kurzzeitig zum Ruhm Filos mutiert. Starke Abwehrball. Und der Block. Viersatzbälle. Dimo Boll verzeiht, keine Fehler. Ja, das ist genau das. Stark gemacht von Kylian. Wir haben es leider geahnt. Ja, es ist einfach 4 Punkte nie vorbei bei Boll. Ja, das ist Wahnsinn. Und 5 Punkte in vorne. Ja, etwas Glück holt er sich jetzt. Wieder bis zum Kylian Ort. Schön gut. Stark. Ja, nicht leicht zu blocken. Also, wie schon gesagt, beeindruckt. Wahnsinn. Angerissen. Okay, jetzt. Okay, jetzt ist er scheinbar da. Jetzt ist er hier. Aufhol. Und jetzt wird das sicherlich das eine oder andere Feuerwerk hier abzünden. gut. Ja, was willst du davon? Ja. Und jetzt mal das mal. Ja, sehr gut. Und jetzt haben wir mal ganz schlecht gesehen. Ich finde das mal sehr gut. Ja gut. Das war's. Dann kann ich ja ganz gut. Und jetzt ist das mal ganz gut wie ein Schorb. Mit einer Gelassenheit. Schade, auch hier wieder. Sehr schwer aufzuholen. Ja, er ärgert sich zurecht irgendwo. Schade, auch hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dieser macht hier Stimmung. Vielen Dank. Ja, bis... Ja, schade, aber es war zu erwarten. 3 zu 1 für Timo Boll.